Hallo und herzlich willkommen zu Anno 1800 Part 1. Wir spielen in Anno 1800 die Kampagne und das ist jetzt schon mein zweiter Augenversuch, weil das Spiel gerade eben abgestürzt ist. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet, aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Ich kenne dementsprechend diese Szene jetzt bereits. Wir müssen uns von dem Leuchtturm hier ein wenig Dynamit holen und angeln jetzt mit Dynamit. Man kennt es ja. Nicht anders. Sie erwarten nicht gerade Paragei-Fische. Irgendwas mit Flossen sollte genügt. Ich hoffe jetzt auch, dass das Spiel nicht abstürzt wieder. Das wäre nämlich überaus scheiße. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, die Story mit euch zusammen zu spielen. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Die schiffen wir alle nicht zu Wort kommen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock darauf wie ich. Und ja, damit willkommen in Anno 1800. Ab zur Industrialisierung. Ich habe nie irgendetwas von dir gehört. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt auf seine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Saints? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Auch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edvard. Vater ist tot, und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Gut & Sans erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Stau. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, sie mögen es ruhig. Ja. Und damit beginnt Kapitel 1 von Anno 1800. Und ich freue mich. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland. Fresse halten, Edward. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Das kriegen wir auch hin, ne? Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollten. Auch da stimme ich zu. Was ich sagen wollte, die Story hat ein interessantes Setting. Und ich freue mich darauf, das zu erleben. Weil die Story war für mich immer so der Hauptpunkt bei Anno. Bei den meisten ist es der Online-Modus oder bei den anderen auch wieder der Endlose-Modus. Aber ich bin der Typ, der die Story gerne mag. Naja, dann legen wir los. Unsere Aufgabe ist es, jetzt erstmal einen Marktplatz zu bauen. Äh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Da fängt mir ein, ich muss einfach kurz was in den Einstellungen und gucken. Denn, meine Maus geht immer in den anderen Monitor über und das ist überaus scheiße. Erstmal muss ich was gucken. Grafikkarte, bla 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 bla. So, wir machen jetzt einfach mal einen sehr hohen Wuselfaktor. Ähm, naja gut. Scheint wohl nicht zu gehen, das auszuschalten. Ne, scheint wirklich nicht zu gehen. Aber, was ich machen muss, ist einmal was beim Rotieren der Gebäude einstellen. Gebäude nach links drehen. Zirkumfleck. So, wo bauen wir das Ding denn hin? Einfach hier hin, würde ich mal sagen. So, bevor wir die, oder, ach ich folge einfach jetzt erstmal stumpf der Story, welche uns sagt, dass wir Häuser bauen sollen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay, die Story. Ich bin gerade, ich bin am Anfang von dem Anno irgendwie immer überfordert. Ich mag den Kerl nicht. Ich glaube, er ist der Böse hier. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Äh, sie müssen nicht alles produzieren, wenn sie Anleger dafür bezahlen können. Will ich hier im Kontrollmann die Ware aus, die sie kaufen möchten und klicken sie an und die kaufen, was wir öffnen. Okay, das ist gut, dass es hier nochmal erklärt wird. Holzklanken kaufen wir auch einfach bis zum Maximum ein. Trotzdem sollten wir erstmal ein wenig safe produzieren. Also da ein wenig hin. Da hin. Jo, zwei Hütten reichen für das erste, würde ich sagen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Sägewerke. Dann nehmen wir zwei Stück. Sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Jo, das könnte... Ja, das ist nicht so schön mit einem Sarg. Gibt schönere Umstände, kann man sagen. So, jetzt müssen wir einfach warten, bis die Bauern da sind. Samuel, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Ja, würde ich gerne sehen. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. So, Edward der Retter. Herr Edward Gold spricht von einer goldenen neuen Ära für Gold und Sand. Sonst, ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wobei er tapfer an die Bürde trägt, die sein verräterischer Bruder vor seiner Tür abgeladen hat. Verräter stirbt mysteriös in Haft. Durch den Zufall konnte Samuel Gold die Demütigung eines Prozesses nicht ertragen. Nur wenige wohnten seiner Beerdigung bei, jedoch mehr als dieser Judas je verdient hätte. Affäre um Inselverkauf. Das Empire ist verschüttet wegen des Verkaufs der strategisch wichtigen Insel Prosperity. Wegen der strategisch wichtigen Insel Prosperity. Samuel Gold beschert dem Jungkönig aufgrund seines Axtes Hochverrats die erste handweste Krise. Wow. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten. Auf Kosten von Vater und uns. So, dann gucken wir mal. Wie detailreich ist es in der Vision da rangehen. So. Nicht schlecht. Also der Grafiktier hat sich natürlich wie immer gebessert. Aber das ist kein Wunder bei einem anderen Spiel. Die Grafik ist immer bombastisch gewesen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns hier ein schönes Leben in Ditchwater. So, sprühen wir mal mit der Zeit vor. Irgendwann sind diese blöden Bauern endlich angekommen. Los, macht hinne. Die Zuschauer waren. Ich hoffe ich zumindest. Wohnvidegorien entfernen. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner fassen, und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Das können wir machen. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Das stimmt. Es war ein langer, harter Tag. Stimmt. Fressen brauchen die Typen ja auch. So, meine klassische drei Fischereien-Sektion. Ich weiß nicht warum, aber ich habe in jedem Anbau am Anfang immer drei Fischerei-Hütten. Einfach aus Prinzip. Selbst wenn es nicht nötig ist. Gut, dann bauen wir mal wieder ein paar Hütten. Für die schönen armen Leute hier. Und wir brauchen ja auch Arbeitskräfte. Das fällt mir gerade ein. Und das vergesse ich immer wieder. Uns gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten du siehst dort mal nach. So. Die kann ich nicht abtragen, die Ruinen. Sind hier noch mehr? Wo haben wir denn kleine Ruinen, ist die Frage. Da. Jo. Falls es übrigens manchmal keine richtige Abmoderation gibt, liegt das darin, dass ich dann einfach irgendwo zwischendrin cutte. Eventuell. Je nachdem. Muss ich noch überlegen, wie ich das mache. Und. Als nächstes kommen wieder ein paar Bauernhäuser. Ich werde eine prächtige Stadt aufbauen. Und Steuern kassieren. Gebt mir euer Geld. Verstanden? Ich will euer Geld. Was ist denn dein Problem? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wir sind jetzt ein Dorf. Das ist schön. Ich baue jetzt mal kurz ein Lagerhaus. Hier. Das sind genug Kinder, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Gut, dass ich hier gerade eh ein Lager aufbauen wollte. Das war aus Holz. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. So. Verwüstetes Kirchenviertel. Wo ist denn das Marktviertel? Ja, das ist das. Ruinen aus Holz. Unzufriedene Bevölkerung. Das ist ein neues Problem. Ja, die Unorte. Gut. Ganz nett. Trotz halter Taschendiebe. Das man sich hier beklaut, ist kein Wunder. Das war ein kleiner harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Ja, könnte alles haben. Spielstand gespeichert. Ich erkenne dich gar nicht wieder. So. Wir hauen noch mal ein paar. Wir warten noch einmal kurz auf das Wirtshaus. Und bauen das direkt hier hin. Und suchen dann einen Ort, um Kartoffeln anzubauen. Das könnten wir hier machen, nachdem wir das abgebaut haben. Ja, ja, ja. Es folgt noch Kleidung. Ich kümmere mich drum. Früher oder später. Und ich kümmere mich direkt um eine Feuerwehr. Ich hab daraus gelernt. So, dann bauen wir mal hier ein paar Felder hin. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Okay, das ist für die auch nicht in Reichweite. Kann ich verstehen, dass ihr da meckert. So, Schnaps sag ich auch mal, dass ihr das einkaufen könnt. Was soll schon schief gehen, ne? Und des Weiteren werde ich noch ein paar Leute hier ansiedeln. So, wir wollen ja, wie gesagt, ne schöne große Stadt haben. Ja, ja, ja. Ihr seid nur 5 Minuten ohne Strafe. Das kriegt ja auch mal hin. Und wie es aussieht, war es eine richtige Entscheidung, dass ich eine Feuerwehr gebaut habe. Das hätte ganz schnell schon enden können. Es wird zum Raub der Flammen. Bekämpfe diese Feuersbrunst. Du ehrst einen Unsterblichen. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Ja, ja, ja. Verhalt, meine Wohltaten zu vergelten. Ja, ja, ich geb dir diese 4 Tonnen. Leck mich. sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Der Kerr regt mich so auf. Ja, bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. So. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Naja. Mich verwollt und muss jetzt eher bald anbauen. Von daher. Naja. Das kann ich auch hier machen. Hoffe ich zumindest. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Das kann ich doch überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist doch ein sympathischer Mensch der Kerl. Na gut. Verlegen wir mal wieder ein paar Straßen. Sachen machen. 제가 hat den Mother nicht maple gearbeitet, 15 da erstmal weghuhn. Wer ist Ashegott sehr spannend? Geht ganz viel Spaß gefangen? Was sagt diese Leute hier? Welche Energie gibt es государistä? Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Spielstand gespeichert 情况 Spielstand gespeichert Spielstand gespeichert Isnin Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Na gut, ich baue erstmal nochmal ein paar Häuser. Muss ja genug Arbeitskräfte haben. Gut, die beschweren sich auch nicht. Das heißt, ich kann hier auch ein paar Bauernhäuser hin tun. Und das Ding kann ich erstmal wegmachen. Kann ich auch im Nachhinein noch holen. Der Gantin ist wohl nicht dafür bekannt, einfach zu verschwinden, sich sinnlos zu betrinken und dann auf der Straße zu schlafen. Okay, in einem der Wirtvoll. Das ist doch mal schönes... Schöner Hinweis. Ja, Böse wohl nicht. Noch irgendwas Sinnvolles. Es wird auch unterschieden zwischen Sidequest und Reise. Mit so einer Story. Komm schon, mein Guter. Zeig dich doch. Es kann ja nicht so schwer sein. Eine Ehregesöhne, sie können, sie haben sie angefangen und... So, jetzt haben wir auch unsere Karte, das ist schön. Wie sie den Bright Sands. Aber erstmal will ich jetzt diese verkackten Typen finden. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Äh, okay. Bootsfrau, okay. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Ach, halt doch die Fresse. Schwarz ist scharf, schwarz ist scharf. Hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, ja, mein Herr. Vier Säcke und zwar volle. Wenn ihr wollt, dass ihr den Typen umbringt, dann lasst doch mal eine Bewertung auf das Video da. Daumen runter heißt, wir lassen den Kerl leben. Bin gespannt, wie viel ihr ihn leben lassen wollen. So, suchen Sie ihre Kasein in der Umgebung von etwas großer Ausstellung. Ich hätte mich dein Vater nur gelassen. Wir hätten all das gemeinsam aufbauen können. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Ja, wir haben auch den Aufstand sehr schnell beendet. Wenn wir auf Edward in der aufständigen Mob. Nummer zwei. Ja, das gefällt mir. Macht mir die Arbeit einfacher. Ein Moment. Spielstand gespeichert. Schreifft. Ich hab mich auf die An-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. So, da bin ich wieder und ich habe gerade mal immer vorgeguckt, aber es ist für mich schon ziemlich spät, darum machen wir das hier jetzt beim nächsten Mal wieder weiter. Ich hoffe es hat euch gefallen, habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.